Heute ist der letzte Tag der Northcon und ihr seht schon, ich sehe vielleicht auch ein bisschen fertig aus, weil gestern war eine lange Nacht, es wurde bis in die frühen Morgenstunden gezockt, unter anderem das Battlefield 4 Turnier, da könnt ihr gerade hinter mir die Sieger sehen, die die Preise entgegennehmen, die Matches haben sich bis 4 Uhr morgens gezogen, bis endlich der Gewinner ausgespielt worden ist. Hi, also ich bin hier mit einem der Battlefield Turnierspiele von gestern Abend, ich bin der Tom von der PCGH und du bist? Ich heiße Bora, Spielername Kazam und spiele für AC IC Box. Okay, ihr habt gestern Battlefield gezockt, seid ihr ein reiner Battlefield Clan oder Multigaming? Also AC IC Box ist ein Verein, der hat sehr viele verschiedene Profi-Teams bei sich, zum Beispiel Shootmania oder QuakeLive, Sarkov 2 etc. und wir sind das Battlefield 4 Team von AC IC Box. Ihr spielt 5 und 5, richtig? Wir spielen nur 5 und 5 Termination, richtig. Okay, wie lange spielt ihr schon Battlefield 4? Ihr seid released, was habt ihr vorher gespielt? Battlefield 3 oder kommt ihr von anderen Shootern? Also wir haben vorher Battlefield 3 gespielt, auch in der ESL und wir waren vorher das Team für Team AC, sind jetzt rüber gewechselt zur AC IC Box und spielen jetzt mittlerweile seit drei Jahren zusammen. Okay, sehr cool. Wie lange gingen die Spieler gestern? Harte Runden dabei gewesen? Ja, sehr harte Runden. Auf jeden Fall ist es sehr schön, hier auf der Novcom zu sein. Das Coole ist, dass es sehr viele verschiedene Teams hierher geschafft haben. Wir hatten ein Team aus Tschechien, einige Spieler aus Dänemark. Von daher hat man echt gesehen, dass die Novcom viele verschiedene Spieler hergezogen hat. Und ja, es gab sehr viele verschiedene, zum Glück auch sehr starke Gegner da. Und der Event hat dir gefallen? Das Event gefällt mir auf jeden Fall sehr, ja. Schon mal hier gewesen? Das erste Mal, dass ich hier bin. Ich war schon mal auf der Summit und die Novcom ist natürlich etwas umfangreicher und größer. Wolltest du wiederkommen? Ich würde auf jeden Fall wiederkommen, ja. Okay, dann sehen wir uns vielleicht 2014, dann wahrscheinlich auch wieder mit Battlefield 4 und dann werden wir mal sehen, wie sich die Community entwickelt.